Drei Spiele-Tipps für müde Väter. Wenn ich so richtig im Mittagsloch bin, dann lege ich mich auf die Couch und sage zu meinen Kindern, malt mir mal was. Was, was ihr euch sonst nie traut zu malen und ich gucke garantiert nicht hin. Legt mich auf die Couch, macht die Augen zu. Pizza. Schritt 1. Ihr legt euch hin. Ihr seid jetzt der Teig, der belegt wird. Eure Kinder kommen und legen entweder nur mit ihren Händen oder mit leichten, nicht schmerzhaften Spielsachen, Bauglötze, Lebensmittel auf euch. Käse, Salami, von mir aus Kirschen, Gurken. Und ihr lasst euch einfach nur belegen. Höhle bauen. Ich nehme eine große Decke, werfe die über unseren Couch-Tisch und dann sage ich, so, das ist unsere Höhle. Wir legen uns jetzt rein und dann spielen wir Schlafen. Nicht stören. Perfekt. Wir spielen doch Schlafen in der Höhle.